So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Ihr seht schon, was ich in meiner Hand habe. Richtig zerstöre Gebäude mit Fernzündladung. Ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr werft einfach nur das C4 ab gegen die Wand. Mit L ganz normal, wie wir immer werfen. Dann einmal zünden und abfahrt. Das Ganze machen wir hier direkt nochmal und nochmal. Zack, so haben wir 21 Gebäude zerstört. Natürlich reicht das nicht. Wir müssen noch vier. Ah, Glück gehabt, hier liegt noch eins. Also, einfach werfen, zünden, werfen, zünden und zack, haben wir die Aufgabe auch erledigt. Kurz bevor ich das Video hier jetzt angefangen habe, habe ich euch gerade noch die Aufgabe erklärt mit Tilted Towers und Sanctuary. Genauso wie kann man cavern. Hab noch gesagt, ich finde kein C4. Zack, einfach hier gerade eine Kiste geöffnet, C4 gefunden. Ihr habt es gesehen, danach zufällig lag hier auch noch C4 rum. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. In dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.